Ja, wir sind ja die Niederlassung Information Technology unseres Unternehmens, der DISAG, und wir sind seit zehn Jahren hier am sächsischen Markt tätig, haben inzwischen sehr viele Kontakte zu Firmen in der Region, die auch Mitglied in der Community sind. Wir haben inzwischen, ich denke, auch sehr viele Kontakte zu Bewerbern, zu Mitarbeitern im IT-Bereich. Und ich denke, durch unsere Erfahrung in der Rekrutierung, in der Betreuung von Bewerbern und Mitarbeitern, können wir sicher auch dazu beitragen, dass der Bewerber genau den Job und die Firma findet, wo er besonders gut hinpasst.